Österreich, das Land der Berge und der Wanderer. Dort haben sich zwei Spätzl zum Bergwandern verabredet. Allerdings gibt es da einen kleinen Haken, nämlich einer von den beiden schielt und der andere ist ein Einbeiniger. Aber nichtsdestotrotz marschieren sie los. Nachdem die beiden den ganzen Vormittag schon marschiert sind, sagt der Schielende zum Einbeinigen, Hey du Rindviech, wenn du weiter so langsam gehst, dann kommen wir nie am Gipfelkreuz an. Darauf sagt der Einbeinige zum Schielenden, ach du Aff, da wo du hinschaust, geh wir sowieso nicht rauf.